Hallo zusammen, mit mir ist Carsten Müller, Dr. Carsten Müller. Hallo Carsten. Hallo Arne. Es ist schön, dich hier zu haben, denn auch du bist in unserem Thema meiner Meinung nach vollkommen integriert. Du bist ein Mastercoach, ein Supercoach und zwar schon seit etlichen Jahrzehnten, möchte ich mal fast behaupten. Ist das so? Vielen Dank. Ja, wenn du das sagst, ich gebe schon seit Jahrzehnten Schachtraining. Eben, genau so ist es. Wer war eigentlich die stärkste Spielerin, die du jemals unterrichtet hast? Das ist natürlich wieder eine Frage, die verschieden ist. Ich habe ja einmal Alexej Schiroff sekundiert bei seinem Turniersieg in München 1993. Und ansonsten ist das eine Frage, die wieder gar nicht so ganz einfach zu beantworten ist. Anish Giri war ja mal fünf Tage in Hamburg. Also es waren einige Super Grand Masters dabei, einige Super Großmeister, die du trainiert hast auch schon mit. Ja, aber die Frage, wer davon jetzt in dem Moment, wo ich ihn trainiert habe, genau der stärkste war, das kann ich so ohne weiteres gar nicht sagen. Sonst habe ich früher mit Jan Gustafsson Training gemacht, aber auch mit Jonas Lampert, Luis Engel, Rasmus Swane und vielen weiteren. Auf die Frage bin ich jetzt auch gar nicht so vorbereitet. Ja, ich habe es dir ganz spontan einfach mal hier gestellt. Aber ich finde, die Antwort wäre sicherlich besser ausgefallen, wenn ich vorbereitet wäre. Von allen Namen, die du ja genannt hast, sind ja schon wirklich einige Kaliber dabei. Vincent Kaimer wollte ich dann auch noch erwähnen. Ich war ja ein paar Mal in Saulheim bei Kaimers zu Gast und das war immer sehr angenehme Atmosphäre mit seinen Eltern, seiner Schwester. Ich wurde bekocht und konnte Schachttraining stark geben. Das war natürlich schön. Aber man kann halt Jahrzehnte jetzt nicht aus dem Gedächtnis in einer Minute zusammenfassen und dann noch erwarten, dass die Darstellung gut passt. Lieber Carsten, was sind denn deine Trainingsmethoden, wenn du Unterricht gibst? Ja, in der Regel ist ja so, wenn die Schüler zu mir kommen, dann sind sie schon etablierte Spieler, mindestens 2200, meist auf dem Weg zum IM- oder GM-Titel. Das sind so die Voraussetzungen. Oder sie wollen Endspieltraining machen. Das sind so die beiden Hauptszenarien, die es gibt, wenn es so mich als Schachtrainer gibt. Gut, natürlich eine Methode ist natürlich die Analyse der eigenen Partien. Dann gucken die Schwächen der Partien der Schüler und die Arbeit an diesen Schwächen. Mit Eröffnung befasse ich mich natürlich nicht so sehr. In der Regel ist es zum Glück auch so, dass wenn die Schüler zu mir kommen, Martha Michner habe ich mir jetzt auch länger trainiert. Mit der habe ich auch mehr Eröffnungsarbeit gemacht, weil sie das gerne so wollte. Aber normalerweise schaue ich mir maximal Partien an und daraus folgt dann irgendwas und schauen uns vielleicht noch die Dateien an, die die Schüler schon haben. Aber normalerweise mische ich mich da nicht mehr an. Früher habe ich den Schülern auch Eröffnungsdateien gegeben, aber davon bin ich schon seit langer Zeit abgekommen. Um ganz ehrlich zu sein, sind meine Dateien dafür auch nicht gut genug und habe ich mittlerweile auch ein bisschen veraltet. Und ja, also da mache ich nicht so viel. Gut, dann kann man natürlich Spielstilfragen betrachten, was ich jetzt auch immer sehr gerne mache, was man mit den Schwächen und Universität und so ganz gut machen kann. Aktivspieler, Reflektor, Pragmatiker, Theoretiker. Und das mache ich jetzt auch immer sehr gerne als einen Inhalt mit neuen Schülern. Achso, mit Frederik Swane habe ich ja trainiert und Jakob Peiken. Das ist, ja, mit Frederik habe ich mir das auch, haben wir uns das auch angeguckt. Gut, natürlich dann Ausspielen von Stellungen. Zum Beispiel habe ich so Tests aus Argaths Positional Play gegen die Schüler ausgespielt und denen dann Ziele geben. Sie müssen 4-2 gegen mich gewinnen. Das macht natürlich eigentlich nur dann Sinn, solange sie nicht deutlich stärker sind. Lewis Engel wollte am Ende auch noch ausspielen, habe ich ihm gleich gesagt. Das ist eh sinnlos. Macht keinen Sinn mehr. Gut, dann arbeiten wir natürlich auch immer mal wieder verschiedene Bücher zusammen durch. Je nachdem, was gerade an neuen Büchern kommt und was zu den Schwächen passt und was meiner Meinung nach passt. Oder ich habe ein neues Buch geschrieben, wir gucken uns das an. Taktikaufgaben sind natürlich sehr wichtig, wobei das muss nicht unbedingt zusammen gemacht werden. Das kann dann der Schüler natürlich auch für sich selber so ein Programm aufstellen, nachdem er regelmäßig so Taktikaufgaben durchlöst. Lewis Woodpecker-Methode zum Beispiel ist eine Sache, die ich immer empfehle. Ja, und ich mache selber sonst bei den Seminaren auch noch gerne Aufgabenwettbewerbe. Ja, und natürlich last not least, wie du dir ja schon gedacht hast, Endspiele. Da verwende ich in der Regel Dworatzkis Endgame-Manual oder auf Deutsch die Endspiel-Universität. Aber man kann natürlich auch zum Beispiel meine DVDs nicht angucken, nur dass wir das natürlich nicht im gemeinsamen Training machen werden. Aber die Endspiel-Universität oder Kapitel daraus oder bestimmte Beispiele oder andere aktuelle Beispiele meiner Endspiel-Analysen habe ich mit vielen Schülern natürlich immer mal wieder gemacht. Und zu Endspielen könnten wir eventuell auch noch ein Beispiel dann mal gucken. Endspiele sind allerdings sehr spezielles Spiel, weil da Wissen eine größere Rolle spielt als im Mittelspiel. Hm, interessant. Sehr, sehr interessant. In der Tat, weil ich hatte auch bei Ivan Sokolovs Interview ihn auch gefragt und er meinte, dass halt Mittelspiel auch eine sehr, sehr wichtige Geschichte ist. Was ich sehr interessant fand, weil jeder Trainer so seine eigenen Lieblingsdiener hat. Klar, nur der Unterschied ist, im Tourmesspiel kann ich jetzt sagen, du musst Vankura, Lucena und Filidor kennen und so weiter und dann baut das auf. Im Mittelspiel, ja, was soll ich dir da jetzt sagen? Was musst du da jetzt kennen? Welche Stellung? Genau. Es gibt keine Filidor-Mittelspiel-Stellung, glaube ich. Genau. Ja. Sag mal, Carsten, was ist denn dein, sagen wir mal, dein, wie drücke ich es am besten aus? Was ist die wichtigste Lektion, was man unbedingt können muss? Was ist die wichtigste Lektion, die du jedem Schachspieler ans Herz legen würdest? Naja, am Ende des Tages ist Schach halt ein konkretes Spiel, wo Berechnung letztlich sehr wichtig ist. Und deswegen muss man schon irgendwie gut rechnen können und das muss man auch trainieren. Und damit muss man möglichst jung anfangen. So profitiere ich immer noch von meinem Jugendkader-Training mit Giesbert Akobi, der uns immer Taktik-Hausaufgaben gegeben hat, die wir in der Regel gegeneinander auf der Busfahrt zurückgelöst haben. Und von diesem jahrelangen Prozedere profitiere ich noch heute. Und das ist schon irgendwie das Wichtigste am Ende des Tages. Ja, je jünger man damit anfängt, desto besser ist es. Also Rechentraining ist irgendwo das Wichtigste. Und das kann man auch vor einem Turnier nochmal wiederholen. Es ist natürlich wieder so ein bisschen verschieden Spielstil abhängig und Spielertypen abhängig und so weiter. Aber das ändert alles nichts daran, dass wenn man nicht in entscheidender Stellung ein paar Züge weit rechnen kann, dann wird man es im Schach nicht so weit bringen. Ist das auch davon ein bisschen verschuldet, dass du natürlich ein Doktor der Mathematik bist? Mag sein, aber Schach bleibt halt ein konkretes Spiel am Ende des Tages. Faustregeln sind gut, Wissen ist gut, alles schön und gut und hilft auch. Aber die Stellung, die auf dem Brett steht, ist konkret. Und da muss man ein paar Varianten rechnen können, sonst wird man es im Schach nicht sehr weit bringen können. Wie würdest du jemanden trainieren, der, sagen wir mal, ein Anfänger des Schachs ist, unter 1600? Und was ist der Unterschied zu jemandem, den du trainierst, der eine Ratingzahl von über 1600 hat, bis hoch zu 2000 oder mehr? Unter 1600 würde ich raten, sich einen anderen Trainer zu suchen. Und ich habe tatsächlich auch noch nie, glaube ich, noch nicht so wirklich einen trainiert. Deswegen muss ich das passen. Und ich glaube, das passt auch irgendwie nicht von meinem ganzen Ansatz, meinem Material. Das passt einfach nicht. Ich würde dann Sachen erklären, die gar nicht relevant sind. Also da gibt es viel, viel bessere Trainer als ich. Gut, und bei dem anderen haben wir es ja schon so ein klein bisschen gesehen. Da gucke ich mir erst mal die Partien an. Dann würde ich natürlich, wenn es taktikrechenmäßig noch nicht so passt, wie ich mir das vorstelle, auf jeden Fall darauf dringend, da was zu machen. Dann würden wir zusammen ein bisschen was machen, ein paar Zettel machen. Dann würden wir da ein Programm erstellen. Und dann würde das, das habe ich auch schon gemacht. Und dann muss das durchgegangen werden. So Woodpecker-Methode ist zum Beispiel nicht schlecht, dass man erst mal, dass man sich ein Buch nimmt oder Aufgabensätze, die macht. Und dann nach vier Wochen dieselben Aufgaben nochmal. Und das ein paar Mal hintereinander. Das ist ja die Woodpecker-Methode. Okay, okay. Und wenn die funktioniert, ist die sehr gut, weil die das Gedächtnis dann noch ein bisschen damit anfüllt. Ja, also das würde ich empfehlen. Gut, und ansonsten ist es natürlich wieder ein bisschen Spielertypen, spielabhängig, da wäre es wieder ein bisschen so. Da gibt es dann halt zwei Hauptmethoden, wenn man es durch das Spielertypen-Modell ansieht. Man könnte entweder versuchen, so universell wie möglich zu werden oder man könnte in die Richtung trainiert werden und ein Trainingsprogramm sich angeguckt werden. Das könnte ein mögliches Ziel sein. Oder man könnte halt schauen, dass man da noch was macht, dass man vielleicht ein bisschen mehr... Ich hatte dem Pragmatiker ja Louis Engel geraten, zum Beispiel ein bisschen mehr Aktivspieler-Qualitäten zu erwerben und hatten wir das auch in die Richtung trainiert und uns entsprechende Partien angeguckt von Aktivspielern. Und das hat, glaube ich, auch ganz gut geklappt. Man muss aber immer ein bisschen vorsichtig sein, weil man ja nicht... Man kann nicht sagen, man will jetzt ein Reflektor wie Anatoly Karpov werden und so. So funktioniert das nicht. Dann würde man sogar schlechter werden als vorher. Man muss hier ein bisschen vorsichtig agieren, aber das... Oder man könnte eben einen Ansatz haben, man will universeller werden und in die Richtung trainieren. Oder man könnte sagen, man will sich mehr auf seine Stärken fokussieren. Das ist auch völlig okay. Das wäre ein etwas anderes Training. Das würde dann wahrscheinlich damit ansetzen, dass man ein Eröffnungsrepertoire erstellt, was in Richtung der Stärken ausgerichtet ist. Das wäre für Theoretiker ja zum Beispiel ein naheliegender Ansatz. Die machen das ja sowieso schon. Denen muss ich das gar nicht sagen. Die haben das sowieso schon, wenn sie zu mir kommen, aber das ist ein anderes Thema. Genau. Und man könnte auf die eigenen Stärken noch stärker setzen. Na gut. Und dann kann man natürlich immer Rechentraining und Endspieltraining machen. Das mache ich praktisch mit allen. In der Regel wollen sie das machen, denn sonst wären sie gar nicht zu mir als Trainer gekommen. Verständlich. Du hast uns netterweise sogar ein kleines bisschen was an Endspielbeispielen mitgebracht. Und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Da könnte man ein bisschen sehen, was an Endspielen besonders ist. Das Wissen eben eine größere Rolle spielt. Hier geht es halt um Opposition und kritische Felder. Ein kritisches Feld sind hier E6, D6, C6 und C7. Wenn der weiße König dahin kommt, gewinnt weiß immer. Weil er den Bauern auf F6 auf einem Schlüsselfeld schlägt. Wiederum vom F5. Also man sieht im Endspiel und spielt Wissen eine Rolle. Und das Ganze baut aufeinander auf. Das ist anders als in allen anderen Partiephasen. Das hat hier ein bisschen was von einer mathematischen Theorie. Okay. Wir müssen also wissen, König und Bauer gegen König. Wie ist das alles? Das müssen wir wissen und können. Und das muss man auch können. Da gibt es keinen. Da kann man auch keine, also wenn man richtig gut werden will. Da kann man keine Kompromisse machen. Man braucht halt auch ein bisschen Wissen. Und das ist das Besondere am Endspiel. Das kann ich im Mittelspiel, kann ich hier jetzt nicht sagen, du musst, was auch immer, irgendwelche steinischen Theorien können oder du musst sie nicht können. Sondern nein, du brauchst sie nicht unbedingt zu können. Du kannst sie können und auch nicht. Während hier musst du das können. Hier kann ich auch keinen Kompromiss machen. Gibt kein Bauchgefühl. Nein, hier gibt es kein Bauchgefühl, sondern weiß gewinnt, weil er jetzt die Opposition hat. Opposition ist, wenn das Rechtliche um die Könige gleichfarbige Ecken hat. Und hier ist es ja die nahe Opposition. Als nächstes gibt es ein Schlüsselfeldbetritt und dann gewinnt weiß. Also das muss man alles können. Hier ist jetzt weiß am Zug und hält Remi. Und hier geht es jetzt nicht um Opposition, sondern es geht auch irgendwie um Opposition, aber für die Lösung nicht wirklich, sondern hier geht es um einen Bodycheck. Und das ist auch ganz wichtig. Man muss diese Begriffe kennen und man muss sie auch richtig verwenden können und auseinanderhalten können. Man muss dann die Faust reden können und eine Intuition für die Ausnahmen. Nur der Unterschied ist eben hier, dass die Faustregeln hier fast mathematisch, anders als im Mittelspiel, oder, ja, dass die Faustregeln hier noch quasi mathematischen Gesetzen. Und hier geht es jetzt nicht um Opposition, sondern wenn weiß Remi halten soll, dann geht es um einen Bodycheck. Es gibt 141 Wege, für den weißen König vom H4 nach B4 zu kommen. Aber, habe ich gerade ausgerechnet? Ja. Aber nur einer, ja, das ist Mathematik halt. Schach und Mathematik sind so ein bisschen zusammenhängend und besonders im Endspiel natürlich. Ja, ist ja klar. Und im Mittelspiel, ja, und so weiter halt. Welches ist der einzige Weg für den weißen König, König schlägt B6 mit König B4, immer beantworten zu können? Und man muss einen Bodycheck vermeiden und ein Bodycheck ist viel frei. Eine Opposition ist klar durchdefiniert und ich verwende das eigentlich auch nur, wenn es um den Kampf um Schlüsselfelder geht. Und Schlüsselfelder ist auch wieder klar durchdefiniert. Da gibt es keine Kompromisse, sondern das sind die mathematischen Begriffe. Und Bodycheck ist halt, wenn ein König dem anderen König mindestens ein wichtiges Feld nimmt. Der Bodycheck kann die Form einer Opposition haben, muss aber nicht. Ein Bodycheck ist aber ein anderes Mittel als die Opposition. Also Königstück B6 muss mit Opposition König B4 beantwortet werden. Dafür muss man Bodycheck-Vermeidung machen. Und deswegen ist der einzige weißere Mietzug hier König G3. Genau, der König muss, ist ja klar, wenn man das andere schon weiß, der König muss über E1, wenn es nur eine Route gibt, dann muss es ja die über E1 und muss es ja eine der Extremfälle eigentlich sein. Und da es die über E7 nicht sein kann. Aber das andere müsste man alles wieder ausrechnen, weil man wieder Rechentraining machen kann. Also Bauern-Endspiele sind auch sehr gut für Rechentraining eigentlich. König G3 ist der einzige Remietzug, weil nur der Weg über E1 die Bodychecks vermeidet. Es ist echt verrückt, weil ja, wenn man das nicht weiß, dann geht man natürlich immer den oberen Weg und versucht, den schwarzen Bauern zu erreichen, was natürlich nicht klappt. Deswegen ist es halt gut, diese Begriffe zu kennen. Und nebenbei bemerkt, es gibt da gar nicht so viel von diesen Konzepten. Das ist also verglichen mit ihren Neidorf-Dateien, ist das hier alles wenig. Die Endspiele ist gar nicht so viel. Wenn sie der Endspiel-Uni und das alles einmal durchgearbeitet haben, dann sind sie da saniert. Und von diesen wichtigen Sachen gibt es natürlich noch weniger. Da könnte man sogar die Fast-Track-Edition der Endspiel-Uni, das ist dann noch weniger. Oder bestimmte Endspiel-DVDs oder so. Das ist gar nicht so viel, aber es ist auf jeden Fall sehr gut investierte Zeit. Weiß zieht und gewinnt. Einfach wunderschön, was im Schach alles möglich ist. Mit nur einbauen gegen einbauen. Geht es jetzt hier um Opposition oder um Bodychecks? Das muss man ja irgendwie mal klären, weil einige meinen ja, es ginge immer um Opposition, aber das ist ja gerade nicht der Fall. Und wenn es um Bodychecks geht, dann welchen Bodycheck muss Weiß setzen? Ja, am logischsten sieht mir König D5 aus. Ja, weil das wieder die Opposition ist und das ist natürlich falsch. Dann kommt König B4. Es geht hier ja um Bodychecks. Es geht hier nicht um Opposition. Jedenfalls nicht in dem Sinne, wie ich es gerade erklärt habe. Verstehe. Es geht um Bodychecks. Das bedeutet König D4 vielleicht. Sehr gut. Denn König D5 setzt zwar einen Bodycheck in Form einer Opposition, aber ich kann den nach unten mit König B4 umgehen und dann ist es Remi. Witzig. Wenn du aber den Bodycheck mit König D4 ansetzt, dann gewinnst du immer. Weil du jetzt König B4 mit F4 ansetzt und jetzt hast du den Bodycheck richtig rum. Und ich wollte hier halt erklären, dass schon die Kenntnisse, weniger Begriffe, Methoden und so weiter, dass man, ich glaube, diese Studie zu lösen wäre unglaublich schwer. Wollte man alles berechnen. Ja gut, die hat sich Glück für das. Dann kann ich natürlich auch alles durchrechnen. Aber wenn man verstanden hat, dass es um Bodychecks geht und dass man entweder D5 oder D4 setzen muss, dann muss man ja nicht mehr so viel rechnen. Und dann sieht man ja relativ schnell König D5, König B4, König D4, König B3 und Remi und König D4 und ja und genau. Und dann kann man das auch gut lösen. Insofern sind die Endspiele schon was ganz Besonderes und deswegen lohnt sich auch einmal Endspieltraining, wirklich, wenn sie das nicht sowieso schon gemacht haben, vertieft einzuschalten. Zumindest diese ganzen Sachen und bestimmte Stellungen sollten sie können. Aber Sie werden eigentlich überrascht sein, das ist gar nicht so viel. Selbst in den Torment spielen, das sind vielleicht nur 100 Stellungen oder so. Und das ist deutlich weniger, als ihre Neidorf-Dateien groß sind. Und die ändern sich ja auch immer mal wieder und das bleibt immer gültig. Ja, Carsten, ich danke dir für unglaublich viel Input und deine Weisheit, dass du uns über all diese Jahrzehnte weiterhin schon so toll weitergeholfen hast und für deine Fritz-Trainer und so. Und ja, Rabatttag. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Jetzt ist es Zeit, die komplette Kollektion zu holen oder noch mehr. Also, danke fürs Zuschauen. Alles klar. Vielen Dank. Vielen Dank an dich auch.